Die Woche fängt noch nicht so doll an. Zumindest mal aus Asien gab es doofe Nachrichten. In China haben mehrere chinesische Immobilienunternehmen echte Schwierigkeiten, sind ordentlich eingeknickt. Und die Sorge, dass Wachstumsmotor Nummer 2, nämlich nicht nur die Exporte, sondern auch dann noch der Immobilienmarkt, die Baufinanzierung in China, irgendwann zum Erliegen kommt. Na, wenn beide Motoren ausgehen, dann wird das dann schon ganz schön dünn, um Höhe zu halten. Na gut, Asien war nicht so doll, aber der europäische Markt und auch der amerikanische Markt leiden noch nicht so richtig drunter, haben allerdings dadurch auch nicht wirklich einen Schub bekommen. Der Nasdaq, fangen wir mal von hinten an, der Nasdaq immer noch ganz solide auf dem Weg in diese Unterstützungszone, die durchaus das Potenzial hat, den Kurs zu drehen. Allerdings nicht jetzt von mir als Trampolin genutzt wird, im Sinne von, wenn wir da unten sind, kaufe ich jetzt Blindlings ein. Aber, als ein, so und jetzt mal genau hingucken, Bereich, denn wenn der Markt dorthin geht, dann wird es entscheidend sein, ob die Marktteilnehmer sagen, puh, endlich Unterstützung, jetzt greifen wir wieder zu, oder ob die Marktteilnehmer sagen, oh, das ist mir viel zu heiß. Das fasse ich noch lange nicht an. Also, seht Unterstützung dieser Art, das ist jetzt so ein bisschen mit Symmetrie, also ähnliche Korrekturengrößen zusammengefasst, ein bisschen Fibonacci, Zwischentief hier, irgendwo diese Zone, die wir seit Tagen ja schon angesprochen haben, 15.000, da sind wir jetzt so mehr oder weniger, also ein bisschen höher aktuell im Future. Aber wir haben da schon die Oberseite erreicht und es kann auch noch von mir aus unter die 14.800 gehen. Aber da sollte er dann auch tatsächlich drehen, ungefähr dort, das muss jetzt nicht millimetergenau sein. Das heißt, jetzt können wir so langsam anfangen, mal die Ausschau zu halten, ob die Marktteilnehmer schon Bock haben. Ein bisschen tiefer wäre vielleicht noch gar nicht schlecht. Dann hätte man noch mal einen Hinweis, ja, okay, jetzt war es das dann auch. Aber, wie gesagt, die Marktteilnehmer müssen es auch wirklich wollen. Gucken wir uns mal an, was wir bisher haben. Wenn ich das mal hier so im 15-Minuten-Chart zum Wochenanfang angucke, schauen wir mal, wo war das Wochenende. Heute ist der 14. Hier ist alles noch Freitagshandel gewesen. Freitag, Freitag, Freitag. Hier war das Wochenende vorbei. Und dann seht ihr, sehr, sehr wechselhaft. Dann gab es mal einen schönen Anstieg nach oben, aber von wegen Korrektiv und dann wieder nach oben viel zu tief runter. Viele von euch wissen das. Ich erwähne es ja immer wieder, wenn ihr die 78er erreicht, dann ist das zumindest mal anrührig, um es mal so vorsichtig zu sagen. Für diesen Einstieg natürlich nicht geeignet die Chance-Risiko-Verhältnisse. Da erzähle ich euch jetzt nichts Neues. Für so eine Idee sind natürlich mit dem Einstieg hier oben nicht wirklich attraktiv. Wenn ich so viel gewinnen kann und irgendwie sowas hier riskieren muss. Also das ist natürlich von der Seite aus kein Trade. Das ist gar keine Frage. Aber die Chance ist natürlich, dass wir zumindest mal schon mal anfangen mit steilen Aufwärtsbewegungen. Anfangen mit steilen Aufwärtsbewegungen. Was wir jetzt natürlich bräuchten, wenn wir mal irgendwas Korrektives hier nach unten. Dann könnten wir das für einen Anlass nehmen zu sagen, okay, Rücksetzer. Jetzt steigen wir auf den Zwischenhochstern mal ein. Vielleicht mit so einer kleinen Testposition. Dass man einfach mal sagt, komm, wir versuchen es mal. Wir sind ja schon dort. Wenn ich ehrlich bin, mag ich das lieber, wenn das vom tiefsten Punkt ausgeht. So, von hier halt. Naja, da haben wir ja schon hier einen gebrauchten Anfang. Das ist nicht so toll. Am liebsten wäre es mir fast, er geht tatsächlich noch mal ein bisschen tiefer. Dann hätten wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir hätten noch mal einen frischen Start, der dann da ist. Ich mag es immer gerne, wenn es frisch anfängt und nicht irgendwie schon so eine Vorgeschichte hat, die Halbseiten ist. Und wir wären noch mal hier tiefer eingetaucht. Das heißt, wir könnten sagen, ja, okay, wir haben es gesehen. Das zählt jetzt. An der Oberseite ist immer noch die Gefahr. Erste Testversuche, ja. Und dreht er da noch mal so ein bisschen tiefer. Ich finde es schöner, aber das muss nichts heißen. Das müsst ihr ja auch nicht so machen, wie wir das uns vorstellen. Aber so in etwa müsste das für mich aussehen. Also, noch ist nichts Schlimmes passiert beim Nasdaq. Aber so langsam zählt es. Wir kommen jetzt dahin oder wir sind jetzt da, wo wir den Markt gerne haben wollten. Naja, so ist es ein bisschen blöd ausgedrückt. Aber wo wir durchaus damit gerechnet haben, dass das passiert, ohne dass wir dadurch gleich nervös werden. Aber jetzt wird es dann auch langsam relevant, was der Markt hier macht. Aktuell also noch verhalten, optimistisch auf dem kleinen Bild, aber auf dem großen noch nicht kaputt. Allerdings, die Einschläge kommen näher, wenn man das so will. Also unter 14.500, sagen wir mal so. Dann wird es schon irgendwann tief. Da muss man wirklich gucken, ist das wirklich noch das? Also das geht schon ein bisschen früher los mit dem Zittern und Bibbern. Und dass der eine oder andere sagt, komm, ich cash mal ein, ich nehme mal Gewinne mit, bleib mal ein bisschen in Cash oder gehe eben auf Anleihen, um dort wenigstens noch mal so ein bisschen Zins mitzunehmen. Denn das sieht ja dann traurig aus. Na gut, also beim S&P ist es ein bisschen ähnlich. Wir haben hier diese eine Unterstützungsmarke. Auch die ist nicht jetzt ein Beweis, dass der Kurs da dreht. Da werde ich häufig falsch verstanden oder die Charttechniker falsch verstanden. Es geht ja gar nicht so sehr um mich. Aber die Charttechniker, ah, da liegt eine Linie und da soll jetzt der Markt drehen. Naja, die Aussage ist eigentlich ein bisschen anders. Das hier ist eine Unterstützung und wenn die Marktteilnehmer eigentlich nur darauf warten, endlich wieder ein positives Zeichen zu kriegen, da hätten sie eins. Nutzen sie es oder nutzen sie es nicht? Immerhin hat uns der Freitagshandel ein kleines Geschenkchen gemacht und das ist eine sogenannte Umkehrkerze, die hier quasi ein bisschen auf der Unterseite ist. Aber eigentlich dafür spricht jetzt, komm jetzt, lass es mal ein bisschen nach oben gehen. Das ist kein Beweis dafür, dass es jetzt 100 Kilometer nach oben rennt. Das ist es tatsächlich nicht. Aber es ist zumindest mal ein Hinweis, dass die Marktteilnehmer den Dreh durchaus mal probieren wollen. Also für diejenigen, die solche Signale eben gerne im Umfeld von solchen Wendemanövern wahrnehmen wollen, die Stopp-Marke klassischerweise wäre hier, die Einstiegsmarke wäre hier, also der Kurs ist aktuell noch da. Das kann man durchaus mal versuchen, an der Stelle etwas zu machen, um dort in den Dreh reinzukommen. Also solche Wendeanzeiger sind nicht schlecht. Ihr seht, hier ist eine ähnliche Kerze, hier ist eine ähnliche Kerze. Allerdings, die Aussagekraft erhöht sich, wenn das zum Beispiel mit einer FIBO-Marke zusammenfällt, in so einem Bereich, wenn man irgendwie patternmäßig, das hier seht ihr, ist eine Unterstützung beispielsweise. Ich unterstelle mal, hier sind wir in den FIBO-Bereich reingelaufen. Das sind alles so kleine Hinweise. Es sind keine Beweise, dass das jetzt dreht. Aber es sind Hinweise und sie geben uns ein einigermaßen sinnvolles Chance-Risiko-Verhältnis, denn der Kurs wird erst mal sich ein bisschen entfernen. Dafür sind die Chancen ganz gut. Gut, sie sind aber nicht absolut. Auch das ist etwas, was viele falsch auffassen, die dann sagen, wieso, das ist doch eine Wendeanzeiger, jetzt muss es nach oben gehen. Ja, gar nichts muss es. Aber die Chancen sind etwas besser. Denkt immer dran, traden und das Arbeiten am Markt ist das Arbeiten mit Wahrscheinlichkeit, nicht mit absoluten und nicht mit Wissen und sonst irgendwas. Ich weiß, viele sind da immer sehr bemüht und sagen, ja, aber wenn ich doch Profi bin, dann muss ich das doch irgendwann mal können. Nein, glaubt mir, ich kenne ganz viele Profis, die haben das aufgegeben, das immer richtig zu machen, sondern die sagen, ist doch egal, ich habe eine Trefferquote X und das gestalte ich mit meinem Chance-Risiko-Verhältnis so, dass es im Endeffekt vorteilhaft ist. So, also insofern eine Chance für den Dreh ist hier durchaus gegeben beim S&P 500 Future jetzt in dem Fall, aber das ist beim Gesamtmarkt dann natürlich genauso, weil viele der großen Player natürlich den Future im Blick haben. Gerade der S&P ist da ein sehr, sehr breiter Future, der sehr, sehr viel Beachtung findet. Und wir hatten ja schon gesprochen, das sieht sehr korrektiv hier aus in Trendrichtung. Zu Letzt war es ein Abwärtstrend. Also die Chance für den Dreh ist da. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass auch dieses Geholze, was wir hier haben, nicht viel besser ist als beim Nasdaq. Allerdings, solange wir jetzt nicht jetzt wieder die Unterseiten angreifen, streng genommen, ich hatte zwar hier den Stop quasi hier unten drunter gelegt, weil das eigentlich laut dieser Candlesticks eine sinnvolle Stop-Marke ist. Ich würde mich allerdings durchaus noch aus dem Fenster lehnen, das tief hier schon zu nehmen aus dem 15-Minuten-Chart. Ich mache es mal ein bisschen größer. Das war hier 14. August, kurz vor 16 Uhr, also ist noch nicht so lange her, bei ungefähr, das guckt ihr bitte in eurem Chart, wenn ihr nicht den Future handelt, 4.470 in etwa. So viele Tiefs gab es da nicht. Aber wenn das jetzt der Fall ist, wenn der Markt jetzt wirklich da nochmal durchgeht, ja was soll denn das sein? Dann ist das ganz klar ein Korrektivpattern und der Markt geht runter. Das heißt ja nicht, dass der Markt nicht später nochmal dreht. Aber dann macht dieser Stop nicht so viel Sinn, denn ich bin ziemlich sicher, wenn diese gerissen wird, werden wir auch hier gerissen. Ob er dann einen Meter tiefer dreht, das ist denkbar, das weiß ich nicht. Aber weil wir es nicht wissen, sollte man es nicht aussitzen. Ah, dann macht er bestimmt. Das ist kein so cleverer Weg. Und weil das relativ realistisch ist, dass beim Bruch dieser Zone hier dann eben das noch fällt, ist dieser Stop per se von dem Verlaufsmuster eigentlich gar nicht so sinnvoll. Dann kann ich mir auch diese Punkte schon mal sparen. Warum soll ich die noch riskieren, wenn die Chancen relativ hoch sind? Wenn ich da gestoppt werde, werde ich auch hier ausgestoppt. Na gut, das mal so als kleine Idee dazu. Short Gain würde ich hier allerdings nicht aktuell. Wir sind schon stark gelaufen. Mindestens eine Gegenbewegung wäre eigentlich ganz passend. Das heißt, die Ziele sind nicht tief genug. Man kann ja mir vorstellen, dass er nochmal hierhin geht oder vielleicht auch noch tiefer. Aber ich habe keine klar definierten Ziele. Und wenn ich die nicht weiß, kriege ich das Chance-Risiko-Verhältnis nicht hin. Und dann wird wieder rumgeraten. Das ist wieder ganz bestimmt. Da gehe ich mal ganz fest von aus. Ich weiß nicht. Geht nicht zu viel von irgendwas aus. Macht lieber das, was der Markt macht. Und dann springt er da halt auf und sagt, ja, okay, dann machen wir es halt so. So, dann haben wir den Dow Jones. Auch der Dow Jones gefällt mir noch nicht so richtig auf der Aufwärtsseite. Wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Einfach mal gucken. Das letzte Tief, das war das hier. Und wenn ich mir diese Aufwärtsbewegung mal angucke, egal, Oberseite, weiß ich gar nicht. Aber das ist doch kein schöner Anstieg. Also im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mäßig begeistert, was das Ganze angeht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es da tatsächlich nochmal einmal tiefer geht. Dass die Marktteilnehmer da einfach ein bisschen rumholzen. Im Moment mal alles ausprobieren. Aber es gibt steil hoch, steil runter, steil hoch, steil runter. Oder zwischendurch gibt es da mal irgendwie, was so korrektiv Anmutendes, gar keine Frage. Aber so richtig attraktiv sieht das noch nicht aus. Der gesamte Anstieg, den wir hatten, das hatten wir ja schon letzte Woche besprochen, dass das eigentlich nicht so richtig der Burner ist. Wir müssen also davon ausgehen, dass es auch hier nochmal einmal tiefer geht. Das wäre jetzt noch nicht das Drama, aber ein bisschen tiefer ist noch absolut denkbar. Ja, die Marken von letzter Woche, die gelten nach wie vor. Also 34.800 in etwa. Zur Not wäre es noch okay. Da müssen wir noch nicht wirklich in den Drama-Modus verfallen. Wäre immer noch übergeordnet ein bullisches Bild. Und bei der DAX, da sind wir ja gerne hier auf diesem Zeitsegment hier unterwegs. Von der Zeichnung haben wir da ja einiges vorbereitet. So richtig kriegt der Markt noch nicht den Popo runter. Das ist auch okay. Okay, zwei Varianten, die es jetzt im Groben gibt. Nämlich entweder doch, doch. Der geht jetzt da direkt quasi da runter, was wir gesagt haben. Oder er geht vorher noch mal hoch und anschließend runter. Das wären meine Lieblingsszenarien. Und zwar nicht jetzt aus Brusthaftigkeit den Long-Händlern gegenüber. Wir haben auch noch recht viele Long-Positionen. Also insofern finde ich Long gar nicht so schlecht, wenn das jetzt passieren würde. Aber es ist halt der ganze Anstieg, den wir bis dahin haben, noch nicht so toll. Also, jetzt habe ich eine vage Aussage gemacht. Entweder wir gehen jetzt schon direkt runter. Also sprich, dass wir so mehr oder weniger das, was wir hier haben, hier noch mal bekommen. Irgendwie. Das kann ein bisschen länger, ein bisschen kürzer sein. Aber irgendwie sowas in der Richtung, dass das kommt. Oder wir machen noch mal den Ausflug hier oben rein, im Sinne dieses Trendkanals. Beides wären typische Korrekturverhalten mit anschließender Fortsetzung des vorderen Bereichs. Das habe ich letzte Woche so häufig erklärt. Damit es euch nicht aus den Ohren rauskommt, fange ich damit nicht noch mal an. So, dann gucken wir uns noch mal hier im 15-Minuten-Chart an, wie es denn hier aussieht. Und, muss ich sagen, ist die Bewegung jetzt die Frage, also die Zeichnung, die ich eben hatte, ist, geht das noch mal einmal hoch? Joa, warum nicht? Ja, also im Moment geht es ja hier so halbwegs hoch. Das ist durchaus noch denkbar. Und erst, wenn wir da oben drüber hinausgehen, dann muss ich sagen, naja, am Ende will er das gar nicht mehr darunter. Aber bis wir irgendwo da sind, ihr denkt an die blaue Kiste, die wir da haben. Das sind die typischen Rücksetzer-Niveaus. Für, in dem Fall, Abwärtsbewegung. Solange er da drin ist, ist die Abwärtsseite eigentlich, weil das die starke ist, das deutlich schwächer ist. Die Abwärtsseite durchaus noch mal typisch. Es würde auch passen mit dem korrespondierenden Zwischentief, was wir hier noch mal hatten. Auch das hatte ich letzte Woche ganz viel erklärt schon. Also insofern, da hat sich nicht wirklich was verändert. Nur, wenn wir natürlich diese Zone verlassen, 16.214 beim DAX-Index jetzt beispielsweise, spätestens bei 16.352, dann ist dieses Bild da unten aus meiner Sicht erstmal sehr wenig typisch. Also insofern, alles was in die Richtung geht, also 16.215 von mir aus aufwärts, 350 spätestens. Da muss ich dann sagen, okay, vergesst das mit der Abwärtsseite. Das hat sich dann möglicherweise tatsächlich schon erledigt. Solange wir unten drunter bleiben, also in dieser Zone noch drin, ist eben dieser Rücksetzer nach unten mehr als realistisch, mehr als typisch, dass das eben noch passiert. So, und jetzt direkt runter. Na, ich bin mir noch gar nicht sicher, weil das ist auch nur dreiwellig. Das sind häufig Gegenbewegungen. Also eigentlich, also wenn ich jetzt irgendwie mich festlegen würde, müsste jetzt von der Aussage her, würde ich sagen, komm, mach nochmal einmal hoch und dann nochmal runter. Und dann lass uns gemeinsam wieder auf die bullische Seite gehen. Vielleicht äußert sich mal die Notenbank und sagt, komm, dann schick mir notfalls Geld, wenn es doof kommt. Keine Ahnung. Irgendwie sowas in die Richtung. Das wäre eigentlich das schönste Bild. Leider passiert nicht immer das Schönste, aber jetzt hier long zu gehen, an der Stelle, da bin ich jetzt auch kein großer Freund von, denn nach diesem Anstieg ging es sehr steil, sehr tief wieder runter. Also so richtig begeistert bin ich nicht. Also wenn, dann müsste man kurzfristige Longs machen. Also ganz kurzfristige Longs kann man immer machen, aber dann nicht mit der Zielerwartung, du, ich steige jetzt ein, das geht jetzt bestimmt auf 20k hoch. Ja, das ist vielleicht nicht unbedingt so realistisch, dass das jetzt hier passiert. Zumindest mal erkennt man es am aktuellen Markt behalten noch nicht. Also ihr seht, so richtig ausgegoren oder wie sagt man, ist es noch nie, ausgegoren glaube ich, ist es noch nicht, wenn ich mir die Märkte angucke, es besteht nach wie vor eine realistische Chance, dass wir doch nochmal den Versuch machen für ein bisschen tiefer. Aber es ist allerdings nach wie vor, da hat sich auch nichts dran geändert, nicht irgendwie Drama-Modus angesagt. Alle diese Rücksetzer sind noch so, dass man sagen kann, ja jetzt komm, stell dich nicht an, lieber Markt, jetzt geh halt nochmal ein bisschen runter, mach halt Pause, wenn du verschnaufen musst und dann lass uns aber dann auch irgendwann wieder die Fahrt aufnehmen und zwar die nach oben. Allerdings, wenn die von mir angedeuteten Marken nach unten durchstoßen werden, dann kann es sein, dass es nochmal heftig wird. Aber darüber reden wir spätestens morgen, ja sowieso wieder im Index-Update am Nachmittag. Das ist für heute Nachmittag wahrscheinlich noch nicht so ganz so relevant. Deshalb müssen wir uns da noch keine Sorgen machen. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und liebe Grüße. Das ist für heute Nachmittag.